Es ist der Herr Christ, unser Gott, unser Gott, der will euch führen aus armen Not. Er will euer Heil dann selber sein, von allen Sünden, allen Sünden machen rein. Er bringt euch alle Sühligkeit, die Gott, der Vater hat bereut. Es ist der Herr Christ, unser Gott, er bringt euch alle Sühligkeit, die Gott, der Vater, hat bereut. Es ist der Herr Christ, unser Gott, es ist der Herr Christ, unser Gott. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020